Nein! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich habe hier 90 Schaden! Oh mein Gott! Nein! Und ich dachte so, jetzt sein Ernst, dass er mich einfach... Oh nein, da ist jemand! Nein, lass mich jetzt weg! Action ist am Stizzle, aber wir dürfen heute keine Kisten aufmachen und ja, bin mal gespannt. Wahrscheinlich müssen wir versucht auf den Dächern zu landen, oder? Ja, lass mal gucken, dass wir irgendwie... Ich überlege gerade, ob ich einfach zum Shop gehe, aber da sind halt auch zwei Kisten. Am besten wäre halt, wir gehen irgendwo hin. Aufs Dach? Warten, bis ihr die Chest aufmacht und töten. Ah, achso! Ah! Clever! Oh shit, ich bin nicht hoch genug. Wollen wir L-Häuser? Ich bin leider auch nicht hoch genug, aber... Ich bin L-Häuser. Okay, ich komme auf. Oh shit, 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 shit. Okay, ich habe Holz. Ich wette, die Chest steht jetzt da. Sie steht natürlich da! Safe! Safe ist die Chest da. Und ich habe eine Pistole. Ich habe nix. Ich kann die kaputt machen, oder? Ah ne. Ich weiß nicht, mache ich sie kaputt? Ich habe schon die nächste Challenge, die wir in der nächsten Runde machen können. Ich sage sie dir danach. Okay. Nice, die wird lustig, ey. Okay. Ich habe zwei Pistols nur. Warum gucke ich denn überhaupt nicht? Einer ist recht in den Shop, glaube ich. Oder ohne. Gar nichts? Ja, ich habe halt gerade eine Art nur Verbände, aber jetzt habe ich... Warte, hier ist eine Pistol auf dem Weg. Ich habe jetzt auch nur eine Shot, die... Okay. Im roten liegt eine Schott... äh, eine blaue Shotgun. Ich hole mir die mal ganz kurz. Das ist einer. Oh, zwei Hits. Wie viel Damage hast du ihm gemacht? Gar keinen. Nice. Was? Hab ich. Als ob er nicht stirbt, Alter. Nates, 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 Nates. Oh nein, ich bin nicht genau von mir. Oh, nein. Wo ist er? Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Nice. Die Shotgun ist nach oben, oder? Oder hast du die aufgehoben? Ich habe ihn nicht getötet. Er lebt noch. Oh, da ist genau über uns. Zwei Leute. Siehst du ihn laufen? Nee. Ja doch, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Okay. Scheiße, Mann. Hier hast du ein bisschen Verbände. Ich bräuchte die Shotgun. Da kommt einer rein. Oh. Nein. Oh mein Gott. Was? Ich hasse diese Waffe. Warte, ich muss kurz nachladen. Gut gespielt? Ja. Ah, nice. Puh. So, jetzt haben wir unsere Ruhe, hoffe ich mal. Zum Glück habe ich keinen Verband benutzt. Hast du nicht? So viel Anspannung. Nee, nee. Ich wollte gerade und auf einmal schießt er mich so ganz genau an der Ecke. Hast du eine Shotgun für mich? Ja, klar. Hier. Gib mir am besten. Ja. Die mag ich nicht. Oh, Einschuss. Egal. Aber hier rechts neben dir ist noch eine. Okay, nice. Hier rechts neben der Ecke liegt noch eine mit. Ah, nice. Okay, sehr gut. Oh, oh. Da kommt einer bei der Gerade. Ich muss mir noch ganz kurz einen Verband reinhauen. Du musst auch noch healen. Oh, okay. Nice. Sehr schön. Kann man kurz Verband reinhauen? In der Garage reinhauen. In den Garagen? Oh nein. Welche Tasse? Oh mein Gott, ich habe hier 90 Schaden. Aber der hat chillt. 13. Nice one. Alter. Oh mein Gott. Kannst du das eigentlich auch? Du kannst alleine spielen, oder? Wir gehen. Sag mal, sag mal. Du hast glaube ich mehr Zeit auf dem Boden verbracht in der Runde als auf den Weinen. Als in-game. Halt echt so. Upsi. Leute, es wird gleich besser. Ich verspreche es euch. Gleich kommen die 100 Kills. Easy. Boah, Lagerfeuer wäre jetzt perfekt, ey. Möchtest du die hier haben? Ich bin schon so aus Intuition habe ich direkt zurückgenommen. Ne, ne, ne. Nimm. Ich habe Double Pump. Ich brauche nicht. Da liegt noch ein Medikit. Ein Double Pump ist am Start. Soll ich es mit? Oh, oh, oh. Ja, Medikit juckt mich nicht. Holy Shit. Irgendwo schießt jemand. Oh Gott. Reloade schneller. Drei, zwei, eins. Oh, ist der Glück. Oben, oben auf der Burg. Kannst du ihn baiten? Ich baite ihn, Leute, ja. Was bauen die ab? Oh, schade. Links kommt der andere. Ja, aber lass das mal hier raus, oder? Ja. Warte, ich gehe mich nochmal ganz kurz. Hab einen genockt? Nice. Lass hoch. Oh, fuck. Ich muss mir auch einen Heel reinhauen. Hä? Von wo werden... Oh, die werden von rechts noch abgeschossen. Von hier oben. Ja, da hinten. Nee, von hinten. Komme von hinten. Da. Ja. Oh, ja. Oh, ich würde die gerne oben pushen jetzt. Ja, lass rauf gehen. Okay, ich baue einfach straight hoch. Ich toffe nur mein Materialzeichen. Aber ich denke schon. Okay. Was zur Hölle? Hab einen genockt. Oh mein Gott. Nein! Es glaube mir. Na, wer ist wieder am Boden? Ich bin einfach schon wieder tot. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Was ist das für eine Runde, ey? Du hast das Medi-Kit, oder? Nee, leider nicht. Vor allem, der hat in der Zeit sein... Hä? Liegt das dann noch da vorne? Ich hab's nicht genommen. Oh, dann liegt das noch vorne rum. Vor allem in der Zeit, als wir hochgepusht sind, hat er ihn wiederbelebt. Und ich hab ihn einfach direkt wieder ausgenockt. Oh, Mann. Wirkt da irgendwas Gutes? Egal, wer braucht schon ein Medi-Kit, Leute? Wer braucht schon ein Medi-Kit? Hauptsache, er schießt den Boden unter mir weg, und ich werd dadurch genockt. Vor allen Dingen, er hat mich einfach buddyblockt. Echt? Ich geh mal kurz gucken. Ja, ich bin halt hinter dir gelaufen. Er ist genau zwischen uns reingesprungen. Oh, der schießt seine Mitten. Nice. Und ich dachte so, jetzt soll er ernst? Lass mich einfach... Oh nein, da ist jemand! Nein, lass mich hinzunehmen! Okay, ich bin in Sicherheit. Oh, ich hab mir schon gedacht, ich hab irgendwas gehört. Ist der oben noch? Ja, ich glaube. Ist ein schwarzer Ritter. Ich geh oben in den Shop rein. Hab ihn. Da rät sogar ein Medi. Wo bist du? Was ist das für ein Gameplay? Ich hab einen Kill. Du hast sechs. GG. Okay. Das ist die Fixe. Stirbt als erstes Challenge, glaub ich. Ja, ich mach mir Revive auf einen neuen Hotkey. Revive Challenge. Ja, das ist die neue Revive Challenge, genau. Wie oft hast du mich jetzt schon reviven müssen? Zehnmal? Hast du das Medi-Kit? Eins hab ich ja. Hier, komm. Okay. Ich wollte gucken, ob's... Oh Mann, ey. Ich lauf hoch, wollte den Loot holen und auf einmal... Pow! Wo liegt das noch da? GG. Ja, wir haben's echt nicht mitgenommen. Ich hol dich... Ach so! Hast du noch eins gehabt? Ja, ja. Der hatte gerade eins gedroppt, der Ritter. Ah, okay. Hast du ihn komplett gelootet? Ja, ja. Schau mal wieder hoch. Ich glaube... Stimmt, ich hab den anderen noch nicht gelootet. Ich bin ja dann direkt runter wieder. Ah, nice. Hier ist noch ne Bolt. Hab ihn getroffen, einmal. Nice. Auch noch ne grünem Pump. Wo? Ah, da vorne. Hab ihn ausgenommen? Recht? Das war so ein Geil. Nice shot. Aber wir müssen eigentlich hin. Hast du... Hast du Ressourcen? Ja, genug. Eigentlich... Ich bin schon wieder fast runtergefallen. Ich hab keine Ressourcen mehr. Oh, wir müssen eigentlich hin. Hast du... Als ob ich von da Damage bekomme. Okay, wir bauen am besten hier an der Seite hoch, oder? Wobei, da ist ja schon gebaut. Oh, nice. Nice, Nates. Nice. Ich hab sie beide bekommen. Was? Was ist denn los, Alter? Junge, kann ich auch noch mit? Da ist jemand direkt neben uns. Nein. Hab den einen. Ja, der andere kommt von drüben. Nein, der hat mich. Bitte, bitte. Bitte. Nein. Es tut mir so leid. Ich hab so gefailt. Sieben HP. Sieben. Oh mein Gott. Die Runde nehm ich trotzdem. Weil das war die geilste Runde, die ich seit langem gespielt habe. Du bist, Alter. Wie viele Kills hattest du? Acht. Das wären die Zehn. Ey. Ich hab ihn einfach nicht getroffen. Neun. Ich war zwischenaus gemacht. Ich auch nicht. So ein Mist. Das war trotzdem eine ziemlich, ziemlich gute Runde. Oh Mann. Sieben verdammte HP. So ein Mist. Egal. Okay. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Es tut mir so leid. Tschüss. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Vielen Dank.